Ja, heute scheint die Sonne, heute ist es wunderbar. Grillen tun wir, da mache ich euch was ganz besonderes aus Apulien. Bombete. Übersetzt die kleinen Bomben. Ja, 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 du bist der Schmierwurst. Ich koch, du kommst nach mir dran. Ja gut, ihr denkt jetzt gleich wie der Mafia hat, aber damit überhaupt nichts, sondern das sind Genussbomben. Schön fertig, dünn geschnitten, Capicolo, Halsgrat, vom Schwein. Parmesan, Käse, was ihr wollt, das kommt da rein, dann wird das so geklappt, dann wird das noch einmal so geklappt und dann wird das so eingerollt. Ein bisschen mit Käse rein, zurollen und auf ein Stäbchen. Et voilà. Dazu machen wir uns Zucchini. Genau, nicht Zucchini, sondern Zucchini. Die schneiden wir längst, grillen die auch, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl. Nicht noch mehr Paprika, Ketchup, mal nichts. Ganz einfach. Ja, dann lege ich einmal los. Eine Zucchini hat ihren Geschmack. Wenn sie keinen Geschmack hat, brauchst du es auch nicht kochen. Ist das eine Farbe? Wenn der Gang die Hände hätte, würde er mir bestimmt helfen. Das tun wir nachher. Jetzt tun wir hier, jetzt her, ein bisschen Knoblauch überall. So, ein bisschen. Ein Sauen. Das ist gut. Hoffentlich ist meine Glut soweit. Ein bisschen dauert es noch. Ich drücke jetzt einmal ein Glas auf euer Wohnen. Ihr braucht den Film, braucht den Pinsel. Teufels Hackerl. Mehr braucht ihr nicht. Und eine Hitze natürlich. Spinst. Ja. Jetzt habe ich noch einen Stopsl rausgekriegt. Aus dem Salento. Ein Negro Amaro. Jawohl. Ja, Spinst. Und jetzt schluck ich mal ein bisschen Sonne. Von mir aus kann die Welt untergehen. Aber während ich weit trinke. Auf euer Wohl. Gut, das ist ein Schei. Komm mal was. Geh mal hoch. Ja, grüß euch, grüß euch, grüß euch. So muss es sein. Kurz mal raus aus dem Fett. Und hier kurz mal raus aus der Hitze. Kurz einmal durchatmen. Und dann schüren wir es wieder rein. Salz. Ja, wohl. Jawohl. Dauert nicht mehr lang. Da freut sich mein Herz. Ist eh wunderbaaar. Das ist der Moment der Momente. Da klappt es ja doch selber nicht, dass mir in irgendeiner Weise der Mr. Corona durch den Kopf geht. Ja, überhaupt nicht. Gandhi. Geh mal her. Du kriegst jetzt von mir auch ein Stück. So, und jetzt bin ich dran. Die ziehen wir uns so runter vom Spieß. So, und jetzt will ich wissen, wie es ist. Gutes. Super. Freunde, passt wieder alles. Macht es euch gut. Auch. Macht es euch gut. Vielen Dank.